Ene, Miene, Buh! Und dran bist du! Das bedeutet malen, basteln, Musik machen und ganz viel Spaß haben. Was machst du denn? Quatsch ist doch klar. Probier es selbst aus. Damit viele dein Meisterwerk bestaunen können, schick es an Ene, Miene, Buh. Das sieht doch schön aus. Mit etwas Glück ist es in der Poststation zu sehen. Ach ja, das Wichtigste ist, alle Schleckfiguren, Filme, Spiele und Basteltipps findest du auf kickaninchen.de.